Moin ihr figurensuchtiges und herzlich willkommen zurück bei Chris Taylorman zu einer weiteren Review aus dem Masters of the Universe Origins Universum powered by Small Tiny Toy Stores. Heute gucken wir uns die Schlangenmenschen erneut an. Eine ältere Version, allerdings ist es eine coole Version und zwar der Redlawr. Redlawr mit einer kleinen Änderung im Vergleich zur Vintagefigur, aber das sehen wir uns ja gleich im Video nochmal genau an. Wir haben hier eine schöne Karte mit der Schlangenoptik hier, dem Schlangenaufkleber und auf der Rückseite ein, sagen wir mal, übersichtliche Artwork von Redlawr gegen Snake Armor He-Man. Und wir hören schon, da ist schon irgendwas kaputt, oder? Natürlich nicht. Wir holen ihn jetzt aus der Packung raus und schauen uns mal direkt an. Redlawr, der wahrscheinlich einzige Schlangenmensch oder der Schlangenmensch mit dem größten und längsten Oberkörper der Masters Geschichte. War auch ne Wittelschlein auch schon so. Hier haben wir Redlawr jetzt mit seinem Standardkopf. Ihr habt natürlich auch ein Actionfeature, dazu aber gleich. Bemalung, mega gut, richtig klasse. Schlangenstab passt auch wunderbar zum Farbton der Schlange selber, also zum Körperfarbton. Der Schlangenschwanz hinten ist aus sehr weichem Kunststoff. Allerdings habt ihr am Anfang ein bisschen Probleme, weil er die Schlange nach vorne kippen lässt. Je nachdem wie ihr ihn posen möchtet. Da müsst ihr ihn ein bisschen mit tricksen, weil er doch ein bisschen Gegendruck ausübt. Aber ihr habt natürlich auch noch ein Actionfeature dabei, wo man nichts umbauen muss, und zwar den Babyrassel-Effekt. Das zweite Actionfeature ist sein verlängerter Kopf, wie auch in der Vintage-Variante. Nur, dass ihr hier keinen Knopfdruckmechanismus habt, also kein Federmechanismus, der diesen Kopf auslöst, sondern einfach nur ein Aufsteckstück, genau wie beim Mekanek. Ja, immerhin ist es dabei. Also da können wir schon mal von Glück reden, dass sie das so gemacht haben. Eine sehr schöne Figur, mir gefällt die richtig gut, ist sehr stark dran an der Vintage-Figur und das Klappern haben sie mit reingebracht. Das ist schon mal super. Da haben wir Redlaw, um die Snakeman weiter zu verstärken. Hier haben wir noch nicht genug Leute, ne? Ich mag die Lösung mit diesem Schlangenhals halt nicht so gerne. Ich bin halt der Fan der Actionfeatures. Und daher muss ich sagen, da finde ich doch schon den alten Gesellen cooler. Zack. Fertig. Unfertig. Fertig. Könnte ich den ganzen Tag machen. Allerdings... Die Farbe ist auch ein bisschen anders mittlerweile. Aber ansonsten ist die Figur echt gut getroffen. Der Farbrachie ist natürlich extrem. Vom Rotton her. Aber ansonsten haben wir echt einen coolen Redlaw bekommen. Und Buzz Feature ist auch noch da. Hat eigentlich jemand schon mal das Ding aufgemacht und geguckt, was drin ist? Ich mach den jetzt nicht kaputt. Aber... Welches findet ihr denn cooler? Oder... Das ist so ein bisschen... Das klingt so ein bisschen hohler. Irgendwie. Aber ich freu mich, dass diese Figur endlich rausgekommen ist. Und dass das Actionfeature teilweise umgesetzt wurde. Das Rasseln zum Beispiel. Oder immerhin. Haben sie beibehalten. Eure Gedanken zu der Figur. Ich bin sehr gespannt. Lasst es mir gerne in den Kommentaren wissen. Und ihr wisst, unten in der Videobeschreibung ist der Link. Falls ihr Redlaw noch suchen solltet. Da kriegt ihr ihn auf jeden Fall. Ich danke fürs zugucken. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Entspanntes Tschüssikowski und Stayed Nerdy. Ihr Figuren sucht dies.